Abermals sind wir auch hier in Waldorf jetzt eingeladen, Jesus Christus durch unsere Straßen zu tragen, so ein Zeugnis davon zu geben, zu wem wir gehören. Wir sind eingeladen, abermals mit dem Tantum Ergo. Wo ist die Musik? Da. Wo sind die noch? Da hinten. Abermals singen wir das Tantum Ergo und dann erfolgt wieder der sakramentalen Segen und dann geht es schon weiter nach Dersdorf. Tantum Ergo 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 Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. Lasset uns beten, Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung uns hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verhehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.